Der Meli, der ist mega schlecht positioniert. Ist du immer noch im Beschuss? Du? Nein, der Vega. Was meinst du? Bist du noch im Beschuss? Was? Nein, nein. Also, Didi, ich bin jetzt auf der Strasse. Ja. Komm mal, ich bin rein. Ich denke, das wird schon etwas sein. Dort läuft einer. Dort läuft einer. Dort läuft einer. Das bin ich. Ich bin im Auto. Rote Golf. Ist gut. Down. Das ist gut, das bin ich. Ich bin hinter dir mit dem Auto. Das ist gut. Ah, der da. Schöner Golf. Junge Mann. Bitches. Komm rein. Schnell, schnell, schnell. Ja, unten. Ich habe noch schnell einen dabei geholt. Kann man ruhig ruhen, wenn du willst. Hä? Halt, fahr ein wenig. Geradeaus, geradeaus, geradeaus. Aber mehr rechts, mehr rechts. Auf der Strasse entlang. Da liegt er. Und dann ist das Velo. Ein wenig weiter. Ja, nein. Auf der Strasse. Genau. Da liegt er. Da liegt er. Halt schnell an. Oh, das hat er. Sieht gut aus, nein. Der hat einen Crossbow. Pass auf, Schüsse. Oh, das ist geschissen. Die mitnehmen. Ehm, Remington hat er. Was hat er für Scheissdreck? GPS, das habe ich ja auch. Nein, Standardzeug. Ich bin der Crossbow. Ich habe eben keine 16 gefunden, die nicht genug mitnehmen können. Crossbow ist recht geschissen, weil nur ein... Äh, ein Schuss, ein Eventar, Slotty nicht. Oh, ich drücken lieber. Oh, ich werde beschossen. Ja, darum sage ich, ich drücke jetzt lieber. Oh, betroffen. Ich blöte. Was? Ich blöte und ich habe kaum Blut. Ja, ja. Ich drücke ihn ja schon. 3000. Velo. Ui. 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 Hast du nur Blut... Äh, 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 Dings. Bandagen. Ich habe nur... Keine mehr jetzt. Ja, ich habe ihn schon, aber er gibt es. Es war nicht jetzt, wenn er... Ja, ist gut, ist gut, ist gut. Ich habe ihn gesehen. Ich habe ihn gesehen. Kannst du ihn so schnell? Bleib so, bleib so, bleib so. Bleib so, bleib so. Actual Charges. Oh, fuck. Das sind Zombies. Ist gut bei dir, bei dir. Es waren Zombies, sorry. Scheid, ich brauche immer dein Blut. Äh, ich habe Dings gefunden. Saddle Charges. Ähm. Explosions-Dings. Ähm. Ähm. Ich brauche dich noch, ähm, Dings. Ja. Nicht fehlen mir Wörterrei. Ähm. Bandagen. Blut. Bandagen und Blut. Painkillers. Tatátátá. Okay. Vielleicht kann ich so etwas... Hä! Ist sowas! Vielleicht mal schauen. Weilci am anderen Server, in meinem Zelt hängt er Living in meinen έχeten immer so etwas? Ja ich also auch so ein Zeug im Fall. Wo bist du dennigns? Ich bin in Green Mountain. Ah ok. Bestimmt hast du gesagt. Ja. Ich habe dort ein wenig laut gefunden, eher nice im Fall. Also dort wo die Strasse fertig ist. Ich muss einfach schnell schauen. Ist das da vorne das Tor? Ist das der Scheiss? Jaja das ist einer von der Strasse. Hä? Das ist aber nicht Standalone mässig. Wo ist da der... Wo ist da das Boot? Oh Mann. Ist alles ein wenig anders. Ja sag mir doch etwas. Fahre hier weiter und nachher rechts. Ja. Hey, ich bin Standalone. Nichts tun, Motor. Die Map ist für mich. Jetzt hier rechts. Vorne ist das Auto. Ah ja voll. Rote VW. Machen wir VW gerne? Kommen wir. Also ich lasse noch Waffen in den Heli rein. Oh shit da ist jemand in der Nähe. Der ist schlecht. Nein ich habe ihn ab. Öffne das Auto und dann weg. Jetzt steige jemand. Okay Auto ist bereit. Nein jetzt ist hier nicht. Jetzt haben wir zwei Autos. Jetzt müssen wir nur noch so einen Gangster Sound ablassen. Bad Boys, Bad Boys. Was ist das? Ist das eine komische Länge? Also die Räder stellen sich ja nicht schnell gerade. Nein nein. Da ist Fahrrad komplett anders. Ähm. Was soll ich runter? Ähm. Nordost. Okay. Okay. Dann gehst du diesen dort. Diesen dort. Diesen dort. Diesen dort. Diesen dort. Noch 10 Kilometer. Oh. Nicht in die Räse. 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 Ich sollte mal etwas trinken. Ich sehe nicht. Ich brauche auch Blut. Kann man Blut trinken? Das ist immer gut. Was machst du? Wo bist du? WTF? Du bist weg. Du bist bei mir rechts runtergefahren. Ja. Bei mir warst du einfach weg. Nein. Es war bei dir. Ja. Du bist rechts im Wald runtergefahren. Hast du wieder rechts abbügen? Nein nein. Einfach der Strasse entlang. Ja. Ja. Du bist ein Besseres. Ja. Du weisst alles. Du weisst alles. Ja. Du weisst alles. Ja. Ich kenne eine Map auswendig. Aber hier ist eine ganz komische Map. Dein Ausländerteutsch ist scheisse. Ja. Dein auch. Das ist ja der Sinn der Sache. Mh. Osprey oben. WTF? Dein Osprey. Das ist dein. Ja. Ja. Wenn ich den Ding zu entkommen habe. Oh. Er stürzt. Er stürzt. Er stürzt. Er stürzt. Er stürzt. Er stürzt. Nein. Er fährt weiter. Er stürzt. 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 Oh. Er stürzt. Er stürzt. Du warst schon ein Stein. Du bist bei mir voll über Stein. Ja ja, das meinst du nur. Also ich bin mit Vollgaser, richtig Airfield im Fall. Wird verfolgt. Wo sind wir genau? 700 Meter. Okay. Dir die halt ein. Dann lauf doch um. Jetzt hätte es aufgefallen, ich bin viel schneller als er. Conscious. Ich bin jetzt. Komm ich auf euch zu? Nein, weg. Wir waren genau links von dir. Rechts. Zwei Leute, das heisst es sind nur ihr da. Oh, jetzt bin ich ein wenig. Oh, 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 oh. Ja, er landet beim Rohbau. Treffen wir uns dort. Aber ich kriege noch einen anderen Heli. Ja, der kommt wieder. Fuck, ich brauche keinen Fall. Dann werde ich mich abschiessen. Scheisse, rennen die dich. Doppel W funktioniert. Der Rame, der muss ich. Ja, ja. Wer schiesst? Ja, der Heli. Ah, scheisse. Ich glaube nicht, gleichzeitig gar anders will. Ausser, ich würde... Einfach... Oh, shit, 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 shit. Wo bist du? Wo bist du? Wow, was machst du? Okay. Was war das? Warte, ich habe einen raus. Ich überlebe ihn. Seit ich früh. Hä? Bist du jetzt ein Duas oder ein Arf? Also wir sind jetzt... Geh in die Bäume rein. Hey, der hat uns gesehen. Wer? Wo? Wo? Der Heli. Scheisse auf den Heli. Der trifft Useni. Der haut über mir. Gibt jemand raus? Ich hole ihn mit dem Sniper ab. Nein. Er muss nur ein wenig ruhig bleiben. Dann können wir auf ihn schießen. Ja, ja. Aber ich muss mit dem Sniper ab. Dann schieße ich und weg. Ja. Also ich bin jetzt auf dem Erfield. Ja, ich gehe jetzt auf den Erfield. Ja, ich gehe jetzt auf den Erfield. Und bei den Hungars. Ah, der Heli landet. Warte, nein, nein, er landet nicht. Er fliegt nur tief. Ja, aber... Ja. Er fliegt nur tief. So, da ist der Heli. Also ich probiere es jetzt mit dem Heli. Aber ich denke, das geht in die Hose. Was denn? Ah, der kaputt. Nein, also es sind zwei so wie nach nebeneinander. Weisst du? Oh, man. Du weisst, er ist manchmal das Arme. Wo, 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 wo. Oder auch nicht. Oh, alles kaputt, alles kaputt. Abspringen und Schüsse. Ich sehe einen von den Baracken weg. Das bin ich, das bin ich, das bin ich. Hallo Didi. Ich bin ein Auto. Ich bin ein Auto. Ich bin ein Auto. Ich bin ein Auto. Knabe. Also, ich gebe dir eine. Was sind wir? Bitte schnell. Didi. Ich bin kein Ziel. Oh, oh, der Heli fliegt nur. Der explodiert. Hey, du hast auch kein Loot. Didi, ich gebe dir eine. Ähm, wie sind 1000 Meter vier? Oh, fünf. Fünf, fünf. Shit. Bei mir vier. Ich gehe nicht in die Heli, sondern... Ich gehe nur ziemlich hoch. Oh, man. Tschüss. Tschüss, ja. Ich sehe es von wo. Von wo? Warte, warte, warte. Von hinten. Ich kann die Granate ablassen. Ja, mit... Einfach klicken, wenn du es ausgewählt hast. Ja, wie? Ja, klicken... Es geht mega ab. Ah, SUV mit Waffen. Ah, okay. Wir haben keine Chance. Voll, ich habe Sniper. 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 Scheiss, er fährt genau in meine Richtung. Holy shit. Ich habe eine Granate. ZWEI! Ja, das habe ich gesagt. Das sind zwei Fahrer. Das sind die gleichen. Ich habe gesehen, wo er schiesst. Ja, er schiesst auf mich. Ja. Ja. Ich habe noch nichts gesehen. Ich zittere. Kann ich schiessen? Ja, ja. Ich fahre mir noch. Ja. Wirklich bin ich so ein guter Heli geblutet. Ah, hey. Scheisse. Ja, das ist... Also, so ein Heli fliege ist auch ein Smooth. Oh, da ist einer am Säckchen. Bist du nahe beim Auto? Ja, ganz nahe bei den Autos. Jetzt bei der Tanne. Tanne jetzt. Ja, da bist du zu dir gewesen. Ich bin sie am Verfolger. Ja, sie fahren zu zweit. Sie haben sie auf den EDI abgesehen. Ah. Fahrrad weg. Ja, ja. Dann lauten wir schnell. Und ich lenke sie ein wenig ab. Ja, könnte klappen. Ja. Ein wenig runter. Nein, nein. Jetzt noch nicht. Warte, ich steige raus und dann schaue ich von hinten. Äh, von hinten. Ich sollte gleich wieder auf der Bühne kommen. Ja, das schaffst du. Ein wenig runter. Ein wenig runter. Jetzt kannst du runter, ja. Das schaffst du. Ja. Geil. Aber ich kann schon eines... Warte mal, ein wenig runter. Ein wenig runter. Jetzt ist gut. Nein, nein, nein. Hu, hu, hu. Mir ist gut. Mir passt. Ja, ist gut, ist gut, ist gut. Ich schaue, dass sie jetzt hinten drin sind. Ja, genau. Da bist du los. Ja, ja. Verpissen wir uns. Wohl. Äh, äh, äh. Wann steige ich? Ich sehe dich nicht mehr, aber ich sehe nur ein Auto. Ich kann nicht einsteigen. Du musst mich verratschen. Kann ich nicht einsteigen? Warte mal, Engine off. Scheisse. Oh, das hatten wir auch schon. Luka. Ah, jetzt als Passagier. Zack. Ja. Also, verpissen wir uns. Äh, Didi? Markierst du Nordwest? Ja. Ah, Didi. Luka. Markierig. Ah, ja. Stimmt. Nein, nein. Billion. Was sind die so laut? Das ist Heili, rechts von uns. Ja, rechts von uns. Wow. Der Mosi. Das war der Mosi. Nein, 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 nein. Guck rechts, siehst du? Schau rechts. Dort ist Heili. Holen wir den? Den nicht. Ja, mit was? Rechts, rechts. Drei um, drei um. Oh, 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 oh. Ja, jetzt geradeaus. Hä? Wo ist er? Scheisse. Wo ist er? Da, jetzt noch einmal rechts. Der Mosi. Nein, nein, nein. Ah, du meinst einer am Boden? Ja, ja, am Boden. Aha, ich habe ihn da aufgesucht. Nein, nein, sorry. Am Boden, am Boden. Am Boden. Am Boden. Ja, offen. Wald. Ja, offen. Lichtung da unten. Soll ich springen? Nein, nein. Ja, ja, guck du. Ich bin draußen. Ja, du schliessest mein Heili damit. Nein. Ich schaue nicht, ob ich lande. Ah, aufsessen. Ich bin kaputt. Oh, shit. Wenn ich lande, ist gut. Und ich lande voll nicht dort, wo ich rausgesprungen bin. Ja, bin ich gleich immer schneller. Eben. Jetzt bin ich im Gunner. Endlich. Ja, das geht jetzt. Holy shit, was... Oh, oh. Was? Warte mal schnell. Es ist so gruselig zum Ziel, ey. Wie kann ich das ändern? Ja, mit... Du musst die First Person. Ja, aber es geht nicht. Ah, jetzt... Schau, ich schieße mal den Heili ab. Ist es gut? Ich bin vorbei erstmal. Der Herr. Ähm... Ich habe geschossen, aber es ist nichts passiert. Oh, shit. Was? Es ist sehr weit hinten. Es hat jetzt aufgelieft. Oh, okay. Also jetzt... Es sind so eine Explosiv-Dings. Exklusiv-Granate. Aber es zielt katastrophal. Okay. Es zielt mega zu hoch. Ja, sonst musst du nach hinten schiessen, hör. Boom! Ah, ja. Wo sind wir jetzt? Oh, hochgestiegen. Am gleichen Ort. Geil so, oder? Teil, ey. Lebst du noch eine? Nein! Ja, ja. Irgendwann fahren. Hm. Gut. Ich glaube nur, ich fängst die Beile. Okay. Ich bin jetzt durch die Mowgli... Mowgli... Mowgli-Fack. Mowgli-Fack. Ah, scheinbar. Und jetzt etwas mit Dschungelbohr zu tun. Oh, ja. Mowgli. Wie geht das jetzt von denen schon wieder? Probier es mal mit Gemütlichkeit, oder? Probier es mal mit Gemütlichkeit. ihr habt ja nicht Ruhe und Gemütlichkeit. Der Textибoo kann ich jetzt einfach nicht. Dum dum. Hey, das ist ja mega schraujemy einREingang von Priv und ich sage mit Gew specificen es gibt einen gesch boastmatchle bis noch um Oh, diese hier einen Fahrrad. Ich klaue einen Fahrrad. So. Ah, da haben wir es wieder. Ey, es schapeiert immer. Ich kann die verdammten Ausländer und alle Velos. Das ist sicher nur deinem Velos. Es gibt nicht viele Velos, ich habe schon geklaut. Nein. Auschaffen, die Wahrheit. Ja. Oh, der Schweizer. Auschaffen. Dann kommen wir von Chur nach dem Ausgang. Kein Bus verpasst. Ja, super. Wir kommen jetzt von Lancourt heim. Easy. Lancourt Bahnhof. Ein paar Velos angeschaut. Ja, easy. Velos gefahren. Die sind meine neue Auto geklaut. Gefunden in Graubünden. Ausweis stehen. D-E-D-E. Das ist das Problem. Ich habe kein Auto. Ja, D-E. Ja, warum? Ich habe es dir geklaut. Ich habe gar kein Auto. Scheisse. Der Jagd hat sich nicht laufen. Du musst dich ein bisschen nach links drehen. Auf diesem Fall nicht. Ein bisschen. Komm jetzt. Lass mich zuerst. Wir können schon runterziehen. Ich soll jetzt noch wieder eine Story kommen. Warte mal. Wir sind unterwegs. Ja, aber es ist für euch näher. Novi oder Story. Ist gut, ist gut, ist gut, ist gut. Nein, es ist nicht gut. Du musst ein bisschen nach rechts schweben. Ähm. So wie jetzt volle Novi. So, jetzt das Auto anschauen, Daniel. Oh, nicht bewegen. Aha, so anschauen. Okay. Ja, okay. Ja, okay. Ja. Ja, ich sage gerade. Es kommt im Fall nicht darauf ab. Also, Story ist näher, aber... Auto brennt. Ah, jetzt brennt es. Es ist aber viel Schiss gebraucht. 3. Ja, gut. Dann bleibe ich in, äh... Novi. Und gehe hier kurz ein bisschen looten. Also. Jetzt ist er exkludiert. Oh, warte viel Rauch! Was? Ich sehe keinen einzigen Zombie hier. Das finde ich ganz gemütlich. Echt, ich checke es nicht mit diesen Zombies. Ja. Äh. Er hat nicht so Bock zum Zombies. Werde zum Biss. Diese. Hey, was sollst du denn nicht? Sollen wir auch noch raus? Es zeigt zwei an. Ja, genau. Ja, okay, okay. Ist gut, ist gut. Hey, jetzt darf ich zwei ja. Herr, ist gut. Ist gut, ist gut, ist gut. Ist gut, ist gut. Ist gut, ist gut. Nein, im Heli zeigt es eben Null an. Ja, ja. Darum habe ich nicht gemeint. Ich habe nicht gesehen, dass er ausgestiegen ist. Ja. Hey, ich brauche trotzdem Essen und Trinken. Ah, don't give a fuck. Also, es ist die, die noch nicht... Hey! Hat er am Kopf vorbei geschossen? Ja, das war sehr nahe. Hast du jetzt die Waffen aufgenommen, oder? Wie die Waffen? Wo ist es jetzt? Ah, habe ich den Heli nicht getan. Hey, das ist mein Auto. Du Scheibi. Er hat mich das Auto geklaut. Ich weiss es. Oh nein, sie ist immer noch da. Hä? Wie habe ich es gemacht mit der Waffe? Ich diese verkaufe. Hey! Oh shit, kaputt. Nicht explodieren lassen. Ja, warte, hör auf dich. Ich tu die Waffe in den Lastwagen rein, dann kannst du die rausnehmen. Das ist ja wirklich einfach. Wie funktioniert das? Schräg. Ach, gear. Ja. 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 Ja.